Hallo, ich freue mich heute ganz, ganz doll. Leute, wir haben 800 Abonnenten. Let's go, Digga. Und ich habe eine Überraschung. Denn ich werde jetzt 800 einfach an die Wand malen. Natürlich nicht einfach so. Basti mit Pauli. Jetzt kommt der Malkünstler. Eine Null. Und die Acht. Das ist die 800. Ich würde sagen, dahin passt sie ungefähr gut. BAM, Leute. Tja, so sieht es aus, wenn man Hobbylos ist. Wir tauchen, Leute, nochmal richtig fettes Dankeschön an die 800 Abonnenten. Irgendwann sind wir bei 1000, dann 10.000, dann 100.000, dann eine Million Leute. Es wird krank, diese Reise. Und wer hier zuschaut, ist 1000 fuller. Der ist einfach eh so. Also Leute, ich würde sagen, einfach ganz festes Dankeschön. Tschüss.